heute «DiO» «Hallo mal hingehen» «Hat ich den Schatz hier wo die Schatzkiste mitgenommen?» «Hat ich schon gar nicht mehr.» «Nein! Hatte ich nicht! Hatte ich vergessen! Also hingehen, Schatzkiste holen!» «Mein Schatz! Ein Speer!» Oh, mach plus. Ja dann. Hier scheint es ja offensichtlich einige Dinge zu geben, die mir tatsächlich was bringen. Ich finde es sogar. Ich fürchte, dass ich viele Falle auslösen werde. Genau jetzt. Oh, der ist doch nicht richtig. Ich will nichts nicht auch noch. Komm, komm ein. Naja. Wo ist man jetzt lang? Da genau. Sechs Skill. Na toll. Eigentlich muss ich da lang, ne? Aber da ist es halt schon wieder so nicht. In diesem Fall habe ich es nicht so geschafft vorbeizulaufen. Blöden Falle. Ne Alternative wäre natürlich Levitega, aber das habe ich noch nicht. Levitieren. Für alle. Zwiebelpfeil. Zwiebel. Was zum Heulen ist, oder was? Ja. So. So. Na muss man so. Gut. Joach. Ah. Ja. Ok. Ach so. Ah. die beiden sind klar die bleiben blauen da geht es zur namjensa aber hier haben wir noch zwei ich glaube da geht es in diese die heißen wir zertinianische grotte ich habe mich da tapf genug in der stufe 1 und 2 jetzt kann es ein bisschen knapp sein ich probiere es trotzdem aus ich will mal ein bisschen ich glaube das rentiert sich noch nicht da muss ich erst mal die andere geschichte und guck mal erst mal wie taff die sind nicht grüne stufe 11 das geht 1098 gut also die gehen die frage ist ob was auch immer in der höhle es geht dann bannhaas habe ich da auch noch vor gebraucht zum nächsten mal habe ich ja noch einer schatz eintüten So, jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Genau, den kenne ich schon, den Teil. So, jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Und dann hat es auch immer noch diese Sand. Wasserfälle. Sandfälle, das sind wir hier. Stufe 17. Stärkere. Schiss mal. Schiss. Ja, durch so einen Schiss immer. Sautele. Ja, also ich meine, Stufe 17 ist jetzt schon nicht ohne. Ich meine, mit Stufe 21, die ich jetzt hier habe, komme ich dann irgendwie schon weiter. Flaschen Grünsäure. Oh, oh. Gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Bereit zum Abhauen halten. Ah. 37 Granitmantis. Ja, genau. Komm, Leute. Lass uns dünne machen. Das kannst du ja wohl knicken, ey. Ja. 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 Ah, jetzt haben wir schon drei Lichtkröten. Die vermehren sich ja. Regina. Ich glaube, das bringt dir was. Geblitz. Wow. Wasserpistole. Blitz. Wasserpistole. Blitz. Na gut, also gegenloch. Okay, wo geht's jetzt weiter? Na genau. Da, und da kommt man in die Mitte. Die Mitte, auch ja. Hm. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Guck mal was wir hier kriegen auf dem offenen Haken. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gefährle mit kleiner 60% Mana Punkten. Eine Scherpe. Ein Äther. Was macht denn die Scherpe? Negiert Gemach. Ist ja ganz nett. Aber ganz ehrlich. Das war's lieber. Ach so. Hier wollte ich mal gucken. Genau. Was sind wir denn hier noch so? 80. Der Aktionsbalken wird schneller aufgeladen. Das klingt gut. Das war's für heute. 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 So. Neuer Vogel Lizenz. Steigert Magie. Äther. Aber erzielt größere Wirkungen. Das war's für heute. Überlegungen. Aber hier ein bisschen. Fünf. Sieben. Sechs. Scherpe. Aber eigentlich interessiert mich das nicht, oder? Normalerweise. Irgendwann anders. Wie sieht's hier aus? Sind's da auch alle? Ja. Sind's ja. Ich glaub, Bronzeschild, Rondschild, Goldschild. Wo wir im Lohen kriegen. Kalpack. Kalkpack. also machen wir das hier mal und die schweren Rüstungen drei ok, passt, weiter geht's ja Vita also jetzt gehe ich erstmal nach da unten und dann gehe ich nach da oben und dann werde ich da nochmal in den nächsten Teil der in den nächsten Teil der Zartanianischen gerocken gehen Analyse, das ist so angenehm dass er die per Gambit automatisch ausführt einfach gucken dass du denkst am Anfang keine Chance irgendwie musst du immer händisch das Ding ausführen damit du dann da irgendwie mal sehen kannst und was du es da für einen Gegner zu tun hast oder noch vorher wenn du das noch gar nicht hast kannst du nur irgendwie halt im wahrsten Sinne des Wortes im dunklen stochern jetzt hast du das einfach über die Analyse guckst du halt aber den Gegner an außer irgendwie die Bossgegner die kannst du damit nicht analyse machen wir erstmal die Seite ohne rothe nein Lox, Vita, Lox, Matoxy, Vita. Aber das andere ist keine Sauerspruch, das kann man nehmen. Weil die Reale gehen nur auf Magie so ungehalten. Na ist klar, klar, Trier-Attacke trifft mich auch noch. Die Reale gehen nur auf Magie so aus, Magie so aus, Magie so aus, Magie so aus. Das ist kein Drama. Zwiebelkugeln. Hey, du da stehen gebleibt. Oh Gott. TOT, du bist. So, äh, der, 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 der. Nein, nein, Brot ist nicht. Machen wir erstmal eine Runde heilen. Gut. Gut. Jetzt sagen wir noch auf. Ah, okay. Ich glaube, das interessiert mich. Ich will ja hier den Bodenbereich anschauen. Ich will ja hier den Bodenbereich anschauen. Das ist so weit, wie wir gehen. Ja, genau. TP up. Der regeneriert. Ich will ja hier den Bodenbereich machen. Hm. 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 3 hätte ich noch gebraucht, so wie der 4. oder 5. Naja, egal. Schadet nicht sie platt zu machen. Gut, gucken wir mal. Äh, Zahnbericht. Monsterkatalog. Dann Banha. Dann Banha-Disa, das habt ihr schon gelesen. Hier, äh, Dinam Jensa-Sanze. Die Wüste westlich der Jagd Jensa. Am Fuße glatter Sandhügel breitet sich ein Meer feinwogenen Sandes aus. Weshalb man sie zusammen mit der Ui Jensa große Jensa-Sanze nennt. Das Tal der Toten eine westlich an Dinam Jensa angrensende Schlucht hat bis heute zahllose Abenteuer und Piraten das Leben gekostet. Super, und da bin ich gerade auf dem Weg hin. Na, toll. Also drei Wüverns noch und ein Jensa. Also ich erstmal hier in die Höhlen gehen und gucken was es hier gibt. Mal schauen, wo wir hier sind. Mal schauen, wo wir hier sind. Mal schauen, was es hier gibt. Mal schauen, was wir hier tun. Okay, ít ja. Okay. Aber Stufe 15 ist okay. Super, einigermaßen! Ja, super, hat sich vorher geteilt, die Sau. Und der nächste. Sage mal. Da schleimt es sich aber gewaltig hier. Boah, hey, das wird überhaupt nicht laufen, die sich schleimen und nicht. Das ist ein Gegenteil, oder? Keine Erdsaug. Ja, noch einer. Immerhin sind wir wieder Level 17. Wenn wir das ja auch noch anfangen würden. Level 17, aber noch höher, da hätte ich echt Schwierigkeiten. Ja, aber so geht's. Hinter der Kurve wartet schon der nächste. Wer wartet denn da auf mich eine Lichtkürtelstufe 16? Ui. Wart mal. Dann will ich jetzt aber doch am ersten Mal, glaube ich, noch mal vorüber gehen, zumindest. Ich glaube, mit Protest. Ja, ich glaube, das war eine gute Idee. Das macht er nicht platt. Was? Ja. 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 die sind tough kostet hit points und dadurch dann mana punkte und jetzt da hin Hörschlein das war verdammt steil hoch hier oh he ein Schleim kommt selten allein habe ich so das Gefühl der nächst stärkere Heilspruch wäre echt mal angesagt und dann und 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 und